So, jetzt passt gleich. Aber da bleibt ja so sitzen, Alter. Hä? Ich darf ja so sitzen. Na, und? Na, was ist denn so? Na, na, na. Naja. Kein Lecker, Alter. Aber mit 6 Personen-Shot, lass die locker rüber. Scheiße. Du musst die Kamera schön nach oben halten. Ich finde so eine Flut hier so boom. Ja, aber der Speicherplatz reicht bei deinem... Doch, 5 Minuten 21 habe ich noch. Das reicht locker. Okay. Ja, aber für die anderen haben wir dann nicht mehr. Foto? Doch. Muss ich mal Fotos löschen denn nachher. Das bringt aber nicht so viel. Oder? Ach. Ein Foto, zwei Sekunden, das reicht. Ich als professioneller Kameramann mit meiner kleinen, pinken Exe. Nehme natürlich auch noch da oben auf. Da sind Löcher drin. Wer weiß, wo sie die dann... Zum Preis. Oh ja. Oh ja. Ist das jetzt so auf der Jacke? Nicht, dass sich der Kleine noch erkältet. Nein. Ah. Gittigitt. Er steht auf dahinten. Guck mal. Er steht auf dahinten. Aber hier ist eine Welle warte. Uah. Mann. Das war krass. Wie genau man das bisschen macht versuch so eine Welle? Aber... Er hat doch eine gute Nahe und Richtung hinaus. Von der Pfilde Bölle. Nööööö. Scheiße schlau. Schwack unten alle Schüttel über hier. Schwack wirklich nicht die Gr Munge. Wollen die Kamera da ins Netz schmeißen so, weil es ... die Kamera ans Netz schmeißen, hätte ich erinnern. Obwohl, die wird durchfallen. Die wird durchfallen gelungen, verlassener Ball dahinten. Ich will hier raus. Fällt leider meine Regenacke nicht mit. Das ist scheiße. Die behält ich mir sonst schön über die Hose übergebracht. Na ja, dann müssen wir jetzt durch, meine Damen und Herren. Es war gesagt, ich. Dann muss die Kamera gleich ein bisschen hochhalten, wenn wir unten sind. Sonst wird ein nasses Verglügen, Leute. Ich habe keine Kapuze, Mist. Das muss überhaupt gar nicht. Okay, Leute, ab geht's. Scheiße, ich will nicht. Ich habe Angst vor Wasser. Vor allem, wenn es so kalt ist. Und ich kann eigentlich die Hände hochheben, Leute. Das tut mir leid. Oh shit, warte auf. Nein! Hä? 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 Eiger! Ich fahr den Schuh. Ich mache Wasser in den Schuhen alles. 些chen je hä! Daher auch! Ohy, beendet dann noch mal das Video! Bis Okay?